Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Museumspodcast Auf die Ohren. Wir, das sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung und Arnulf Schnüter, Direktor des Museums. In dieser bereits dritten Staffel unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit altägyptischen VIPs, mit berühmten Persönlichkeiten, die auch in Statuen in unserem Museum vertreten sind. Heute widmen wir uns sogar zwei Personen, die in einer engen Verbindung stehen. Das betreffende Objekt, das wir uns heute vornehmen, das finden Sie im Raum Fünfjahrtausende in unserer großen 17 Meter langen Vitrine, ungefähr in der Mitte. Es ist eine Kalksteinstatue. Von dem Raum Fünfjahrtausende sprechen wir, weil wir hier die Möglichkeit geboten haben, innerhalb dieses Raumes wirklich 5000 Jahre Kulturgeschichte nachzuvollziehen. Wir beginnen hier also in der ganz frühen Zeit in Ägypten, eigentlich sogar ja schon in der Zeit um 10.000 vor Christus mit so ein paar Steinwerkzeugen und gehen dann aber vom vierten Jahrtausend vor Christus bis in das erste Jahrtausend nach Christus. Und allein in dieser Vitrine sind wie viele Objekte? Ich glaube rund 700. Rund 700 Objekte haben wir in dieser Vitrine. Und also auch dieser Raum lohnt alleine schon einen Besuch des ägyptischen Museums. Es ist ein Museum im Museum, wenn man so sagen will. Man könnte sich stundenlang hier aufhalten. Das sowieso. Die Kalksteinstatue, die dort in der Mitte steht, aus der Zeit des Neuen Reiches. Was haben wir denn da? Wir stehen vor einer circa 74 Zentimeter hohen Kalksteinstatue, die 1912 von dem Freiherrn von Bissing in Kairo erworben worden ist. Damals ist als Fundort Amaner genannt worden, was Bissing zunächst dazu veranlasst hatte, diese Statue dem Echnerton zuzuschreiben, zumal es ein ähnliches Stück gibt. Aber mit dieser Deutung, so viel sei schon einmal gesagt, lag er daneben. Die Struktur des Objektes erschließt sich nicht auf den allerersten Blick. Wir haben hier eine rechteckige Basis und auf dieser Basis steht ein kubischer Block, dessen Rückseite durch einen flachen Rückenpfeiler angegeben ist. Die Seite dieses Blocks tragen in versenktem Relief das für den Königsthron typische Motiv der Vereinigung der beiden Länder, dargestellt durch die um das Vereinigungszeichen geschlungenen Wappenpflanzen von Ober- und Unterägypten. An der Vorderseite dieses Throns erkennt man die teilweise abgemeißelten Unterschenkel eines Beinpaares. Auf der Oberseite der vorspringenden Basisplatte sind die Umrisse eines Fußpaares erhalten blieben. Der Befund ist ziemlich eindeutig. Auf dem Thron saß eine Figur, von deren Oberschenkeln und Gesäß nur noch Reste auf dem hinteren Teil dieses Thrones erhalten geblieben sind. Die Figur selbst ist fast völlig getilgt. Was man heute noch sieht und was als dominantes Motiv dieser Skulptur gelten kann, ist eine kleine Figur, die auf einem flachen Kissen auf dem Schoß der völlig abgemeißelten, getilgten Statue sitzt. Ihre Ausrichtung ist im 90 Grad, im rechten Winkel nach links gedreht. Ihre Füße ruhen auf einem hochrechteckigen Block, der an die rechte Thronseite der Hauptfigur angesetzt ist. Der Kopf ist auch hier nicht erhalten. Sandalen, plissierter Schurz und der vor der Brust gelegte rechte Arm mit der Hand und der Wedel, den diese Hand hält, kennzeichnen diese Figur eindeutig als die Darstellung eines Königs. Auf dem an einem Pantherkopf befestigten Schurzgehänge steht auch noch die Königstitulatur. Während alle anderen Inschriften auf dieser Statue ja ausgemeißelt sind und eben auch nicht mehr lesbar sind, haben wir hier einen ganz klaren Hinweis darauf, wer dort dargestellt ist. Diese Königstitulatur allerdings konnte erst von Jürgen von Beckerath gelesen werden und der hat dort gelesen, der Herr der beiden Länder, Ach en Re, Seteb en Re, Herr der Kronen, Sipta, Meri en Tach. Also wir haben hier den König Sipta vor uns. Mit dem Königssipptach befinden wir uns am Ende der 19. Dynastie des Neuen Reiches um etwa 1200 vor Christus. Es ist eine sehr spannende Zeit, über die man nun gar nicht so viel weiß, beziehungsweise über deren Geschichte sehr viele Interpretationen sich in Umlauf befinden. Es war eine Zeit politischer Unruhen und einer allgemein instabilen politischen Lage, die möglicherweise noch auf die lange Regierungszeit Ramses II. zurückgeht. Ramses II. ist ja einer der Könige, die am längsten über Ägypten regiert haben. Über 60 Jahre lang saß er auf dem Thron und in dieser Zeit hat man also so einen leichten Zerfall. Wir haben das gleiche Phänomen schon gegen Ende des Alten Reiches mit dem König Pepi II., der ähnlich lange auf dem ägyptischen Thron gesessen hat. Ramses Nachfolger, sein 13. Sohn Meri en Tach, wir haben es eben schon in dem Namen des Sipta gehört, Meri en Tach regierte noch rund zehn Jahre. Aber schon in seiner Nachfolge kam es zu Verwerfungen. So folgte ihm zwar sein Sohn Setos II. auf den Thron, aber gleichzeitig etablierte sich im Süden Ägyptens auch eine Art Gegenkönig mit Namen Amenmesse, der entweder, je nach Deutung, Setos Bruder oder auch sein Sohn gewesen ist. Beide, sowohl Setos II. als auch Amenmesse, regierten nur wenige Jahre. Und als Setos II. nun starb, kam der noch unmündige Sipta mit etwa zehn oder 14 Jahren. Auch dort schwanken die Angaben auf den Thron. Auch dessen Herkunft ist nicht ganz geklärt. Er könnte ein Sohn von Setos II. mit einer Nebenfrau gewesen sein, möglicherweise auch einer ausländischen Frau. Ihr Name ist, glaube ich, erhalten auf einem Relief im Louvre. Genau, also sie ist wohl so syrischer Herkunft. Genau, es könnte aber auch sein, dass er ein Sohn von Amenmesse gewesen ist. Untersuchungen an der Mumie des Siptach haben so ein paar Anomalien ergeben. Ich glaube, es ist in der Literatur nachzulesen, dass er an spinaler Kinderlähmung gelitten hatte und einen Klumpfuß hatte. Also er war sehr jung, als er auf den Thron kam. Die Herkunft ist nicht genau geklärt. Und er hat definitiv unter körperlichen Einschränkungen gelitten. Von schwächlicher Gesundheit, wie man so irgendwie vielleicht sagen möchte. Als Regentin übernahm Tausret nun für ihn die Herrschaft. Das ist zunächst einmal nichts Ungewöhnliches. Wir hatten es ja auch in ähnlicher Art und Weise schon bei Hatschepsut gehört. Und auch, um nochmal auf das alte Reich zurückzugreifen, auf Pepi II., der auch als Kind auf den Thron gekommen ist, auch für den hat seine Mutter die Regentschaft übernommen. Tausret selbst war die große königliche Gemahlin, also die Hauptfrau von Setos II., Nachfolgerin seiner ersten großen königlichen Gemahlin Tachat. Eventuell handelt es sich bei dieser Tachat um die Mutter von Ammenmesse, weswegen Ammenmesse dann ein Sohn von ihm gewesen sein kann. Vielleicht gab es aber auch zwei gleichlautende Damen. Beide, Tausret und Setos II., scheinen keinen Sohn gehabt zu haben, weswegen Siptach als Sohn einer Nebenfrau folgte. Möglicherweise haben die beiden eine Tochter gehabt. Es gibt im Tal der Könige das KV 56, ein Kindergrab. Es ist wohl das Grab einer früh verstorbenen Tochter, wie es interpretiert wird. Man findet dort Schmuck mit dem Namen von Setos II. und dem Namen von Tausret. Auch die Herkunft von Tausret liegt im Dunkeln. Manche vermuten, sie sei eine der Töchter von Ramses II. gewesen, aber sie trägt nicht den Titel Königstochter. Möglicherweise ist sie aber auch sehr spät in der Regentschaft von Ramses II. erst geboren worden. Vielleicht war sie aber auch eine Enkelin von Ramses II. und eine Tochter Mehrentachs. Es gibt für die Zeit von Tausret als Regentin nur sehr, sehr wenig Belege. Hier, unsere Statue, wo Siptach auf ihrem Schoß sitzt, eine Inschrift am Tempel von Amada in einem Türdurchgang. Und dort findet sich Tausret auf einer Seite des Türdurchgangs, Siptach am Architraf und eine weitere Person, die nun eine große Rolle spielen wird. Dort gegenüber von Tausret ist nämlich ein Herr mit Namen Bai dargestellt. Um das Ganze noch etwas zu verkomplizieren, taucht eben der von dir gerade so benannte Bai auf in dieser Zeit als eine ganz besondere Persönlichkeit, der aufgrund seines Namens, kann man das rückschließen, wohl syrischer Herkunft gewesen ist. Und der begann seine Karriere als Schreiber unter dem bereits erwähnten Setos II. Und er stieg dann zum großen Schatzmeister des Landes auf. Besonders bemerkenswert ist, dass er sich selbst als eine Art Königsmacher bezeichnet. Also er gibt an, er, der große Beamte Bai, habe Siptach auf den Thron seines Vaters gesetzt. Da stellt sich natürlich zunächst einmal die Frage, warum braucht Siptach diese Unterstützung? Er ist der rechtmäßige Thronfolger, warum mischt sich ein Bai dort ein? Und wir sehen aber eben auch, dass Bai mit ganz ungewöhnlichen Befugnissen ausgestattet war. Also er war einfach eine ganz besondere Persönlichkeit dieser Zeit. Und er taucht auch in einem Keilschrifttext auf als Anführer der Truppen des Königs von Ägypten. Er hat auch, es gibt auch Quellen, wonach er selber tatsächlich Korrespondenz geführt hat mit anderen Staaten. Also das unterstreicht alles diese besondere Bedeutung, die Bai hatte. Und er durfte sich auch ein eigenes Grab im Tal der Könige anlegen, was ja auch nochmal ein großes Alleinstellungsmerkmal tatsächlich ist, wenn man so ein Grab dort anlegen darf. Er ist auch im Kult im Totentempel des Königs mit vertreten und dort übrigens auch in Darstellung mit Siptach in gleicher Größe wie der König angegeben. Also auch das betont seine besondere Rolle. Man hat oftmals vermutet, weil Bai nun auch syrischer Herkunft war, dass es dort eine verwandtschaftliche Beziehung gegeben hat. Nämlich zu der Mutter von Siptach, die ja nun auch syrischer Herkunft war. Manchmal vermutet man, dass Bai vielleicht sein Onkel gewesen ist. Und dass er deswegen natürlich auch eine Art persönliches Interesse daran gehabt hätte, Siptach auf den Thron zu heben. Genauso groß wie seine Bedeutung war, genauso tief war dann aber wohl auch sein Fall. Es war lange Zeit nicht klar, wie lange Bai gelebt hat, wo er hin verschwunden ist. Es wurde gemutmaßt, dass er mit jemand anderem gleichgesetzt wird, der in späteren Quellen noch auftaucht. Es gibt aber ein hochinteressantes Ostrakon, das uns darüber aufklärt, dass Bai ganz offensichtlich im Jahr 5 vermutlich von Siptachs Herrschaft in Ungnade gefallen ist. Und zwar gibt es ein Ostrakon, also eine beschriftete Kalksteinscherbe aus dem Arbeiterdorf Delmedine, das zusammengesetzt werden konnte. Und das da lautet, Jahr 5, dritter Monat der Shemu-Jahreszeit, Tag 27. An diesem Tag verkündete der Schreiber des Grabes Paser, wörtliche Rede sozusagen, Pharao, Leben, Heil, Gesundheit, hat den großen Feind Bai getötet. Wir haben hier also tatsächlich die Angabe, dass Bai hingerichtet worden ist. Und diese Information darüber ist in das Arbeiterdorf der Delmedine geschickt worden, um den Arbeitern dort natürlich die Ansage zu machen. Passt mal auf, auch das Grab des Bai, das sich ja im Tal der Könige befindet, die Arbeiten daran sind nun einzustellen. Was nicht genannt wird, ist der Grund, warum Bai hingerichtet wird. Wir können also nur feststellen, er ist ganz offensichtlich in Ungnade gefallen und wird sich der Strafe angemessen wahrscheinlich eines größeren Vergehens schuldig gemacht haben. Ja, entweder das oder wir haben es hier mit politischen Verwicklungen zu tun. Und Herr Usrett, die ja nun eigentlich nominell die Regentschaft geführt hat, hat festgestellt, dass Bai sich zu viel Macht aneignet. Und hat dann im Namen Sipptachs diesen Konkurrenten aus dem Weg räumen lassen. Man weiß es nicht, aber es sind natürlich der Spekulation alle Tore geöffnet. Möglicherweise finden wir Bai noch ein weiteres Mal, er wird in späterer Zeit genannt. Dort gibt es nämlich den Papyrus Harris, der über diese Unruhen am Ende der 19. Dynastie berichtet. Der Papyrus Harris stammt aus der 20. Dynastie, befindet sich heute im British Museum mit der schönen Signatur EA 9999. Und er ist mit über 40 Meter Länge der umfangreichste bis heute bekannte Papyrus. Als ein Vergleich, wenn Sie im Museum sind, unser Totenbuch im Raum jenseits hat eine Länge von rund acht Metern. Das heißt, dieser Papyrus Harris ist fünfmal so lang wie unser Totenbuch, damit Sie sich diesen gigantischen langen Papyrus einmal vor Augen führen können. Der Papyrus Harris wurde 1855 zusammen mit einer ganzen Reihe anderer Papyri in der Nähe des Totentempels des Millionen Jahrhauses von Ramses III. in Medinet-Habu gefunden und gehörte wohl auch in den Zusammenhang mit dem Begräbnis, dem Vermächtnis von Ramses III. Er beschreibt drei Jahrzehnte aus dem Leben von Ramses III. und natürlich dann eben auch, wie Ramses III. an die Macht gekommen ist. Inwieweit man dort auf die korrekte historische Schilderung von Ereignissen vertrauen kann, ist natürlich fraglich. Nun, und in diesen Texten kommt ein gewisser Irrsu vor. Und Irrsu heißt übersetzt, der sich selbst gemacht hat. Und die Deutungen gehen nun dahin, dass dieser Irrsu, der laut Papyrus Harris auch sich die Macht angeeignet hat, wohl bei gewesen ist. Andere Deutungen gehen dahin, dass es sich bei Irrsu um Siptach handelt. Siptach selber, um auf ihn wieder zurückzukommen, stirbt wohl nur ein Jahr später im siebten Jahr seiner Regentschaft mit gerade einmal 20 Jahren, nehmen wir mal an. Du hast vorhin schon gesagt, es ist nicht so ganz klar, mit welchem Alter er auf den Thron gekommen ist, aber mit, sagen wir, maximal 20 Jahren stirbt er sehr jung. Ob dies seiner angeschlagene Gesundheit geschuldet war oder ob auch Tausret ihre Hände im Spiel hatte, ist eine weitere ungeklärte Frage. Die Situation war auf jeden Fall nun die, dass nach Siptachs Tod kein männlicher Nachfolger aus der Königslinie mehr da war. Siptach selber hatte keine Kinder und Tausret krönte sich in dieser Situation selbst zum König. So wie wir das ja auch schon mal von Hatschepsut gehört haben, über die Königin Hatschepsut hatten wir in einer der letzten Folgen sehr ausführlich gesprochen. Tausret legt also eine ganz beachtliche Karriere eigentlich hin. Sie ist die große königliche Gemahlin zunächst von Setos II. Dann ist sie diejenige, die sich um die Regierungsgeschäfte des Siptach kümmert und nach dessen Tod wird sie nun selbst zur regierenden Königin. Genau wie Hatschepsut übrigens trug auch Tausret den Titel Gottes Gemahlin des Amun. Im Gegensatz zu Hatschepsut gab es bei ihr aber nie eine offizielle Co-Regentschaft, soweit wir das eben wissen. In ihren Namen passte Tausret sich ihren männlichen Vorgängern an. Es gibt nur eine Statue von Tausret als König, die sich eine ganze Zeit lang im Ägyptischen Museum in Kairo befand. Von Machart und Aufbau ist sie vergleichbar mit der berühmten Turiner Statue von Ramses II. nur, dass sie entweder aus Kalkstein oder Sandstein gefertigt wurde. Die Statue wurde im Jahr 1971 gefunden. Sie galt dann eine Zeit lang als verschollen, wurde wiederentdeckt, in der Revolution 2011 in ein Lager bei den Giza-Pyramiden gebracht und soll nun im neuen Grand Egyptian Museum aufgestellt werden. Diese Statue ist nicht vergleichbar mit den Statuen der Hatschepsut. Wir haben in der entsprechenden Folge ja drüber gesprochen. Hatschepsut hat sich in der Rolle eines Königs als Mann, als König darstellen lassen. Hier bei Tausret haben wir es anders. Wir haben hier eine klassische Frauenstatue mit langem Kleid, Krummstab, Wedel in der rechten und dem Königskopftuch. In Ansätzen, das auf die Brust herunterfällt und es sind weibliche Brüste dort zu sehen. Leider fehlt auch dieser Statue der Kopf. Man findet aber auf der Statue ihre Königsnamen, also den Nesubiti-Namen, Tochter des Reh, geliebt von Amun, Sohn des Reh-Namen, Tausret, auserwählt von Mut, den lebendigen Horus-Namen, der starke Stier, geliebt von Maat, den sogenannten Herrinnen-Namen, der Ägypten gründet und Fremdländer besiegt. Und spannenderweise ähnelt ihre Kartusche in der Orthographie auch denen von Ramses II. Also wir hatten ja auch schon über diese Abkunft gesprochen und möglicherweise sieht man in dieser Anpassung auch der Kartuschen, der Namensschreibungen, einen Versuch, sich da bewusst an die Tradition von Ramses II. anzuhängen. Und die kurze Regentschaft von Sietos II. und diese Auseinandersetzung mit Ammen-Messe, die kurze Regentschaft von Siptach mit Bay sozusagen auszumerzen und sich an die große Zeit von Ramses II. wieder anzugliedern. Nun ist die Statue oder die Statue der Tausret in unserer Statuengruppe ausgehackt. Das ist vermutlich in späterer Zeit geschehen, um sie aus der Geschichte auszulöschen. Wir haben also keinen eindeutigen Beweis, dass es sich bei unserer Statue um eine Darstellung von Siptach und Tausret handelt. Und über die Identität der ausgehackten Person in unserer Statue gab es auch verschiedenste Ansichten. Cyril Aldred hat 1963 argumentiert, dass aufgrund der Ausarbeitung des noch erhaltenen Beines mit einem eng anliegenden Gewand und der deutlich erkennbaren Sandale am Fuß auf einen Mann geschlossen werden kann. Er meint, dass es sich dabei um Ammen-Messe handelt und setzt ihn deswegen als Vater des Siptach an. 1980 argumentiert Rosemarie Drenkhan ebenfalls mit dieser Ikonografie, dass es sich um einen Mann handeln muss. Sie sieht aber eine sehr starke Konkurrenz zwischen Siptach und Tausret noch dazu und meint deswegen, dass diese zwei Argumente dahin gehen, dass es sich hier also nicht um Siptach und Tausret handelt. Sie geht davon aus, dass die dargestellte, ausgehackte Person bei ist. Aidan Dodson folgt 2011 ebenfalls der Interpretation von Aldred und sieht in dieser Statue Ammen-Messe. Wir sind davon überzeugt, dass es sich wirklich um Tausret handelt. Die Darstellung nämlich eines Mannes mit einem jungen König auf dem Schoß ist vollkommen ungewöhnlich. Andererseits haben wir eine Darstellung von einer regierenden Königin mit dem noch unmündigen jungen König auf dem Schoß vorliegen aus der Zeit von Pepi II. Und die vollständige Statue von Tausret gibt uns nun auch die Argumentation an die Hand, dass es sich bei unserer Statue sehr wohl um eine Frau handeln kann. Denn die Ikonografie mit dem engen Gewand und der Sandale am Fuß ist hier in dieser fast vollständig erhaltenen Statue von Tausret in Kairo genau die gleiche wie bei den Überresten unserer Statue. Wenn wir uns über Tausret unterhalten, dann haben wir noch eine weitere Quelle, die wir erwähnen sollten, und zwar ihr Millionenjahrhaus. Das sogenannte Millionenjahrhaus wird häufig immer wieder auch als der Totentempel bezeichnet, eine Bezeichnung, die wir so eigentlich nicht so gerne verwenden. Wir orientieren uns an den alten Ägyptern selber, die diese Tempel tatsächlich die Häuser von Millionen an Jahren genannt haben. Die Grundidee dahinter war, dass der Kult, der dort stattfinden sollte, das Grab im Tal der Könige ergänzt und in alle Ewigkeit eben Millionen von Jahren anhalten und gesichert sein sollte. Ihr Millionenjahrhaus wurde 1897 von Pitri auf der thebanischen Westseite entdeckt und liegt zwischen den Tempeln von Meremtach und Todmosis IV. Vom Tempel selbst waren nur ein paar Grundmauern erhalten und Pitri fand eine ganze Reihe von Gründungsbeigaben. Also er hat tatsächlich gezielt nach Gründungsbeigaben wohl auch gesucht, weil von dem Tempel eben nicht mehr viel übrig war. Die Gründungsbeigaben selber haben dann auch tatsächlich Tausrets Namen getragen, also an der Zuweisung des Tempels besteht keinerlei Zweifel. Der Tempel wurde trotzdem aufgrund seines Erhaltungszustandes lange Zeit dann ignoriert, nicht weiter untersucht und erst wieder ab 2004 durch Kollegen von der University of Arizona untersucht. Und dieser Tempel wurde wohl erst ab Beginn ihrer kurzen Königsherrschaft gebaut und von ihren Nachfolgern dann eben zerstört. Das erklärt diesen Zustand, den wir eben heute dort vorfinden. Ihr Tempel kopiert den inneren Bereich des Rameseums und auch die axiale Ausrichtung natürlich. Die Ausgrabungen durch die University of Arizona zeigen, dass der Tempel vor der Zerstörung fast fertig gebaut war. Lediglich die farbige Wanddekoration fehlte noch. Woher weiß man das? Das weiß man daher, dass dort der nicht bemalte Kalkputz der Wände in großer Anzahl gefunden worden ist. Also die Wände waren fertig gebaut, waren bereits verputzt, aber eben noch nicht bemalt. Das heißt, wir sind uns relativ sicher oder können uns heute relativ sicher sein, dass dieser Tempel tatsächlich kurz vor der Vollendung stand. Spannend ist, dass sie sich auch hier wiederum an den großen Vorgänger Ramses II. anlehnt, indem sie halt sein Millionenjahrhaus in kleinerer Variante kopiert. Auch das Grab der Tausret ist höchst ungewöhnlich. Ihr Grab wurde nämlich nicht im sogenannten Tal der Königinnen, dem Queens Valley, angelegt, sondern ihr Grab trägt die Nummer KV 14, KV, Kings Valley, also im Tal der Könige. Und es wurde direkt neben dem ihres Mannes Setos II. angelegt. Der Bau begann bereits im zweiten Jahr von Setos II., also dem Jahr, in dem Tausret große königliche Gemahlin wurde. Das ist sehr ungewöhnlich und vielleicht ein Hinweis auf ihre hohe Herkunft, also ob sie möglicherweise doch eine Tochter von Ramses II. war. Weiter ist ungewöhnlich, dass ihr Grab von Anfang an mit dem Grundriss eines Königsgrabes geplant war. Ein bisschen kleiner, also zwei Drittel an Größe ungefähr, aber eben der gleiche Grundriss. Ja, scheinbar hat Tausret ihren Ehemann Setos II. aus seinem direkt angrenzenden, danebenlegenden Grab KV 15 umgebettet in ihr eigenes Grab, damit sie beide gemeinsam bestattet wurden. In ihrer Grabkammer finden sich sowohl nichtkönigliche als auch königliche Dekorationen und Szenen aus dem Höhlenbuch, einem der Unterwelsbücher, das um die Regierungszeit von Ramses II. entstanden ist. Das Grab wurde später usurpiert von Tausrits Nachfolger Sidnacht, dem ersten Herrscher der 20. Dynastie, und er ergänzte eine zweite Grabkammer, also auch das natürlich aus heutiger Sicht etwas sehr Ungewöhnliches, im Anschluss an die der Tausrit. Ein angefangener Gang im Anschluss daran, der nicht vollständig dekoriert war, weist darauf hin, dass die Erweiterungsarbeiten ebenfalls nicht ganz abgeschlossen wurden. Sidnacht führte die Überreste von Setos II. wieder zurück in KV 15. Was aus den Überresten von Tausrit selbst wurde, ist heute ebenfalls nicht bekannt. Also wir haben heute wieder so eine Folge, wo wir viele Fragezeichen offensetzen. Naja, so ist es ja auch nicht, aber wir haben tatsächlich wieder mal so einen VIP, bei dem tatsächlich viele Dinge noch ungeklärt sind. Es gibt auch hier verschiedene Überlegungen. Man hat mal geäußert, dass möglicherweise sich bei der Mumie ohne Namen der sogenannten Woman D möglicherweise um Tausrit handeln könnte. Und die ist im Deckel von Setnacht Sarg im Grab KV 35 gefunden worden. Also auch das wäre dann eben eine andere Verwendung eigentlich für andere Personen vorgesehenes Grab. Das ist das Problem im Prinzip, dass die Gräber halt hin und her umgewidmet wurden, alle auseinandergerupft, wieder neu verteilt und man heutzutage gar nicht mehr genau weiß, was dort eigentlich dazugehört. Der Deckel übrigens von Tausrits Sarkophag selber, der fand sich wiederum in KV 13, was das angefangene Grab des Bayi war. Da haben wir schon drüber gesprochen. Der wurde ja hingerichtet. Sein Grab wurde daraufhin natürlich auch nicht für ihn fertiggestellt. Er wurde dort nie bestattet. Und dort fand sich also der Deckel des Sarkophags der Tausrit, der aber dann eben wiederverwendet worden war für Amun Herr Chepesh F., einen Sohn Ramses des Dritten. Also auch da erfolgte eine Umwidmung. Wie ist es nun eigentlich mit der Regentschaft von Tausrit ausgegangen? Als König hat sie sich krönen lassen. Sie hat nur wenige Jahre wirklich alleine regiert, zwei Jahre ungefähr heißt es, und verschwindet dann. Ob sie beseitigt worden ist, ob sie eines natürlichen Todes gestorben ist, wo sich ihr Körper, wir haben es eben gehört, überhaupt befindet, man weiß es nicht. Und mit dem Ende von Tausrit endet dann auch die 19. Dynastie. Es kommt dann an die Macht Sednacht, der mit dem ursprünglichen Königshaus nicht wirklich etwas zu tun hatte. Er gründet dann die 20. Dynastie und sein Nachfolger ordnet sich dann wieder in die ursprüngliche Königsreihe ein, indem er nämlich den Namen Ramses der Dritte trägt. Und man versucht dann diesen etwas unsanften Übergang, diese politische Unsicherheit, wieder vergessen zu machen, um eine einheitliche Herrschernachfolge anzustreben. Das heißt also auch Tausrits Statue, unsere, die wir hier haben, wurde vernichtet. Wobei es sehr spannend ist, dass man nicht auch siebtach ausgehauen hat, sondern dass der noch erhalten geblieben ist. Auch der wird oftmals dem Vergessen zugeführt. Was wir hoffentlich ein bisschen zeigen konnten, ist, wie spannend die Auseinandersetzung mit so einem auf den ersten Blick vielleicht etwas unerklärlichen Objekt wie dieser Statue tatsächlich sein kann. Wir hatten das anfangs angesprochen. Man muss schon ganz genau hinschauen, um tatsächlich zu erkennen, wie diese Statue einst einmal aufgebaut war, wie sie ausgesehen hat und was da alles für Fragen dran hängen und was da alles drüber erzählt werden kann. Das haben wir hoffentlich in dieser Folge ein wenig zum Ausdruck bringen können. Verbinden werden wir das mit der Aufforderung natürlich, ins Museum zu kommen und selber zu schauen, und ob man das so nachvollziehen kann, was wir jetzt gerade zu dieser Statue erklärt haben. Was man noch erwähnen kann ganz zum Schluss, das ist dann wieder dein Steckenpferd, ist natürlich das Nachleben. Denn, soweit ich da informiert bin, gibt es da auch einige Bezüge. Weißt du was zum Weiterleben der handelnden Personen in der Literatur? Das Weiterleben der Tausrits, man hat es eben nicht so ganz geschafft, ihr Andenken vergessen zu machen. Und eine Wiedergeburt erlebte Tausrits im Jahr 1858 in dem Buch Le Roman de la Mumie, also der Roman der Mumie, des französischen Schriftstellers Theophile Gautier. Eine, wenn man so sagen will, historische Liebesschmonzette mit biblischen Einschlägen, die in der damals 1858 Jetztzeit spielte, die auch noch wieder eine Parodie auf Richard Lepsius enthielt und die auch gleichzeitig im alten Ägypten spielte. Und man findet in diesem Roman die Protagonistin Tahoser, die an Tausrits angelehnt ist, aber bis auf den Namen nicht wirklich etwas mit ihr gemein hat. Ein Satz weist allerdings auf die Vorlage hin. Gegen Ende des Romans kommt es dann zum Auszug der Ägypter, es kommt zur Verfolgung. Der Pharao stirbt in den Fluten des Roten Meeres. Wir kennen alle die Geschichte. Tahoser wartet vergeblich auf die Rückkehr des in den Fluten umgekommenen Pharao und regierte dann selbst über Ägypten und starb nach kurzer Zeit. Als Lafille du Pharaon, also die Tochter des Pharao, erschien das Ganze dann auch einige Jahre später als ein Ballett. Hier hieß die Protagonistin allerdings nicht mehr Tahusrits, sondern Aspikia. Und Tahusrits verlor sich ein weiteres Mal im Dunkel der Geschichte bis ins Jahr 1911. Dort wurde der Roman von Gautier nämlich als Stummfilm verfilmt, diesmal wieder mit den originalen ProtagonistInnen, also mit Tahoser. Das heißt also, auch dort hat sie also eine Wiederauferstehung erlebt. Und es ist sehr spannend, dass also das Wenige, was von solchen Personen bekannt ist, dann trotzdem immer wieder auch den Geist und die Fantasie der Menschen anregt. In diesem Sinne freuen wir uns auf ihren Besuch im Ägyptischen Museum und dass sie vielleicht mit ganz neuen Augen auf diese zunächst einmal recht unscheinbare Statue schauen und dort nun ganz viele weitere Details entdecken. Wir danken sehr herzlich fürs Zuhören, hoffen, dass Sie auch bei den nächsten Folgen wieder reinhören werden und durch diesen Podcast eben auch ins Museum gelockt werden. Bleiben Sie uns treu und wir wünschen weiterhin auf die Ohren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017